so willkommen zurück zur let's play minecraft ja in der nächsten folge haben wir die grödel gekundet ein bisschen körner gesammelt den spät ausgebaut und jetzt will ich noch mal fleisch braten ist wichtig fleisch ist wichtig weil ich es bald vor mir an tue deswegen ich mach mal kurz da rein ähm ich muss eben den hier machen muss ich ein den hier machen einmal so ja mal den mal kurz so eine spitzhacke brauche ich so brauche ich noch das war es eigentlich der bräune so ich glaube es wird jetzt wieder dunkel dann gehe ich mir lieber gleich mal schlafen würde ich sagen jetzt nicht dunkel so klar so Untertitelung des ZDF, 2020 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 wenn ich das jetzt hier schön ausbauen dann wird das richtig gut aussehen das heißt wenn ich jetzt hier mache ich dann noch ein bisschen stein hin und ein bisschen vielleicht baue ich jedoch noch der eingang wird hierhin gebaut nur ein bisschen mit glas und stein werde ich jetzt arbeiten das müsste ich sogar noch haben wenn meine kiste kommt dann müsst ihr noch bisschen glas haben wenn ich mir eben mal schnell schauen ich kann schon mal das stein rein machen glas aber nicht mehr viel müssen noch gleich ein bisschen sand abbauen glas herzustellen zu können ich hoffe ich kann noch ein bisschen dirty und kann ich noch einen kleinen weg hier hinbauen wenn ich jetzt hier ach scheiße muss ich das doch weg machen sieht nicht so gut aus muss ich mal überlegen wie ich das mache müsste ich mir einen gedanken machen mache ich heute aber meinen bisschen kürzeren part heute nämlich noch fahrschule und deswegen kann ich heute nicht so viel aufnehmen beende ich jetzt hier erstmal den part und wir sehen uns bis dann in der nächsten folge wieder und tschüss